Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Baldur's Geht, meine Freunde. Schön, dass ihr Winter mit dabei seid. Und ganz kurz, wir hatten ja beim letzten Mal das Necronomicon, oder wie es heißt. Das Necromanie-Buch von Tai. Ich kenne es bei The Evil of Dead, dieses Necronomicon, wie es heißt, genau. Und da hatten wir ja übrigens überlegt, dass wir es zerstören werden. Da waren wir stehen geblieben und das werden wir auch tun. So, wir nehmen LaSalle. Nehmen wir LaSalle oder nehmen wir Will. Ja, komm, Will I am in the Brooklyn Bounds. So, lesen, Will. Also, die Zwei-Zicken sind die Zwei-Zicken. Sie gucken sich immer noch an, ja. Das Buch fallen lassen, bereit, es zu zerstören. Oder das Buch einstecken. Na, komm. So, entschärfen. Okay. Entschärfen. Entschärfen. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass der Mechanismus diese Golems oder so im Endeffekt ausgelöst hätte. Die haben wir aber schon ausgemacht. Okay. War es das schon? Wo ist das Buch? Ich glaube, es ist erledigt. Kann das sein? Ich glaube, das Buch ist Geschichte. Ja, das ging jetzt schnell. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, aber wir haben ja die Gargoyles entschärft. Und dementsprechend wahrscheinlich auch ein kleines bisschen hier Ruhe reingebracht. Ja, dann würde ich sagen, wir haben hier alles durch. Und was haben wir da noch für eins? Darf ich kurz mal in die Karte gucken. Wir haben hier, nimm die Lieferung. Finde die verschollene Lieferung. Gut, komm. Da geht's raus. Hier war bestimmt irgendwo ein versteckter Schalter, den wir nicht gesehen haben. Oder so. Ja, dann würde ich sagen... Haben wir das Ganze durch hier. Zerstörtes Dorf. Also den Keller haben wir gefunden. Lass mich kurz mal schauen, was haben wir an Loks. Halt, das war das hier. Da war es, genau. Quest Loks. Also wir haben noch nachher für die Heilmittel. Wir haben noch den Mondaufgang. Dann haben wir durchsucht den Keller. Entschlüsse ist das uralte Buch. Das Buch ist fest verschlossen. Der Mechanismus ist nicht für einen Schlüssel gedacht. Vielleicht passt ja eine Art Stein. Ein Schlüsseljuwel, das in den Tunnel verborgen sei. Ihr müsst es finden. Zerstöre das Buch. Haben wir das durch? Nee. Wo ist denn das Buch? Nur das göttliche Licht kann das Böse dieses Buchs verbrennen. Okay. Ich hab's gar nicht zerstört. Kann das sein? Ich bin jetzt etwas verwirrt. Ich bin jetzt wirklich etwas verwirrt. Lass mich nochmal reingehen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir... Wo ist der Keller? Keller? Hier sind wir rein. Hier ging's raus. Hier rein. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir... Das Buch ist weg. Wieso ist das Buch weg? Hat jetzt jemand eingesteckt? Bitte, wo ist das Buch? Ähm. Ach, da ist es. Der hat's mitgenommen. Okay. In den Tunneln. Warte mal. Ein Achat? So. Sharp is ever. Hm. Hm. Haben wir hier eine Seelenmünze? Warte mal. Mal gucken. Ähm. Geldbeutel kommt hier hin. Wir hatten... Wo haben wir denn diese Seelenmünzen? Ich glaub, die war hier. Kann das sein? Hm. Seelenmünze. Stapel teilen. Bestätigen. Will. Will. Schau, bis er war. Genau. Werfen. Lager senden. Und untersuchen. Das brauchen wir nicht. Aha. Jetzt hab ich das mitgenommen, das Buch. Und jetzt? Also, er sagt, ähm... Entschlüssel das uralte Buch oder zerstöre das Buch. Das Buch ist fest verschlossen und der Mechanismus... Also es gibt hier eine Art von Stein. Und das Schlüssel, weil das in den Tunneln verloren gegangen sei, müsst ihr finden. Reise mit Will weiter. Wir haben die europäische Schutzpatronin kennengelernt. Sie war ungehalten, weil der Karla nicht getötet hat. Zur Strafe ungehorsam. Bla, 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 bla. Tochter der Dunkelheit. Das ist Schattenherz. Abgeschlossene Verbergen. Durch den Keller. So, lass mich kurz in die Karte gucken. Also, halt. Da muss ich raus. B-b-b-b-b-b-b-b-b. Mhm. Also, bin ich im Lager, oder was? War nicht Sinn und Zweck. Ähm. Überwucherte Ruine. Klippen am Straßenrum. Teehaus am Fluss. Zerstörtes Dorf. Wir gehen ins zerstörte Dorf. Schnell reisen. So, was haben wir denn hier? Lass mich gucken. Wir haben hier oben... Das sind die Paladine. Finde die verschollene Lieferung. Hier war... Hier war... Hier war aber... Hier müssen wir jetzt echt hinlaufen, ne? Kann das sein? Hier war kein Wegpunkt, ne? Hier war kein Wegpunkt. Wir gucken mal gerade. Wo ist diese... Da ist das Ding hier. Wir müssen eigentlich parallel am Brunnen entlang. Also hier lang. Ja, hier hinten rum war es. Ne, da lang war es. Stimmt. Da ist ein roter Feind. Das ist der hier. Mal liegen. So, wir können hier rüberspringen. Oh, guck mal, hier liegt was. Haben wir da schon gesucht? Nö. Feuerbärenstein. Mhm. Verdünntes Öl der Schärfe. Alchemiefeuer. Oh Gott, nenn mal mit. Gut, haben wir gemacht. Da müssen wir da zurück. Ich habe immer auch keine Ahnung, was das hier ist, hier. Das ist bei Abby Gürde. Also es platzt alles, aber das hier, dieser weiße Punkt habe ich noch nicht ganz verstanden. Was ist das denn hier? Wieso brennt das? Wieso brennt das? Kann man jetzt hier mal erklären, warum das hier brennt? Mhm. So, was ist das hier? Kein Mensch weiß es. Wir müssen eigentlich... Genau, das ist die hier und das ist das andere. Da waren wir doch schon. Nehmen die Lieferung. Ah, das war dieses verschlossene Ding da. Na, stimmt genau. Mit, keine Ahnung, was war das glaube ich? 20 oder so, ne? 20. Da drüben ist noch was. Was ist das hier? Irgendwas brüllt da, ein Bär oder sowas. Kann das sein? So, hier war die Lieferung, ja. Die haben wir, glaube ich, durchsucht, ne? Haben wir die nicht durchsucht. Ah, das war das hier. Alles andere ist sonst leer. Der Knolljäger haben wir, glaube ich, noch nicht durchsucht. Na, guck mal. Äh, La Seel. Das Ohr lasse ich jetzt mal da. Das brauche ich nicht. Den Rucksack und den Beutel habe ich nicht durchsucht. Vielleicht ist da eigentlich ein Schlüssel drin. Ne, aber essen. Beutel nehmen wir mit. Was haben wir denn hier hinten? Olli. Olli haben wir nicht geguckt. Äh, Olli ist auch nicht leer. So, Knolljäger. Was ist mit dem hier? Hat der irgendwas? Ne, der hat nichts. Okay. Rugan. Haben wir Rugan? Rugan haben wir auch schon, glaube ich, durchsucht. Ja, genau. Den hatten wir schon. Ich denke, das war alles. Das Alchemiefeuer nehmen wir mit. Das andere nehmen wir mit. Ja, ich würde sagen. Hier oben waren wir auch. Das haben wir auch gemacht. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist jenes hier. Schloss knacken. Das ist wieder zu stark. Es hat gerade so gereicht. Wie geil ist das denn? Heute ist der Würfelgott definitiv mein Erfolg. Kann es sein? Eine Eisenflasche. Flasche, die mit Freunden und Feinden enthalten. Aha, kann. Okay. Gold. Gold Barren. So, lass mich kurz mal schauen. Du bist wahrscheinlich wieder überladen. So, Bücher haben wir gesagt. Halt. Forschungsnotizen. Okay, nehmen wir mit. Kommt hier rein. Zack. Geld kommt da rein. Das hier ist interessant. Die Eisenflasche. 480. Das ist schon geil, ne? So. Ich würde sagen. So, das hier. Das hier. Das hier. Der Kopf. Die teilen wir auf. Rune des Wolfes. Okay. Und was ist das hier? Okay. Ungeübt. Na gut, okay. Dann komm. Nimm mal den hier. Und dann packe ich dich ins Lager. Dann hast du hier wieder ein bisschen Platz. Gut. Dann haben wir das gemacht. Haben wir die jetzt genommen, die Sachen? Lass mich kurz mal gucken. Was haben wir hier? Quest. Mhm. Mhm. Okay. Okay, haben wir gemacht. Jetzt haben wir noch die Paladin. Was mir jetzt aktuell fehlt, ist irgendwie... Ich muss da hinten rum. Ich geh mal da hinten rum. Mit der Hoffnung, dass wir irgendwas hier hinten finden. Denn was mir persönlich fehlt, ist hier praktisch so ein Wegpunkt, den ich aktivieren könnte. Einen Dolch darfst du behalten. Was ist hier? Was ist das hier? Das sieht doch aus wie so ein... Hm. Nee, der erkennt nichts. Okay, gut. Egal. Dann geht's hier runter. Dann gucken wir, dass wir da hinten rum kommen. Hier entlang. Gucken, was da ist. Was für ein Gebirgspass. Ich müsste hier, glaube ich, runterkommen. Das ist auf jeden Fall ein Weg. Ah, da ist er. Da ist er doch. Ich habe gewusst, dass irgendwo eine Rune sein muss. Ein Wegpunkt. Gut, okay. Siehst du, dann haben wir auch den Wegpunkt hier entdeckt. Was ist das hier? So. Natürlich nehmen wir alle Kisten mit, meine Freunde. Ja. Ähm. La Seale. Gold nehme ich. Sonst haben wir hier nichts, ne? Sonst ist hier zu. Okay. Haben wir die schon ausgeräubert hier, die Knolle, oder? Gucken wir mal hier rein. Ich weiß nicht, ob ich schon reingeschaut habe. Das nehmen wir mit. Kartoffelchen hier. Was haben wir hier noch? Ohr darfst du behalten. Ohr darfst du behalten. Ohr darfst du behalten. Was macht eigentlich das Ohr? Lass mich kurz mal gucken. Drang der Geschwindigkeit. Ah ja. Okay. Ach komm, dann nehme ich mal die Ohren mit. Vielleicht hilft es uns, die Ohren mitzunehmen. Was haben wir hier noch? Irgendwas hier reingucken. Gibt es da noch was zu essen? Oh, guck mal hier. Also Essen gibt es hier genug. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Schwefel. Keine Ahnung, was wir damit machen. So, wir speichern mal ab. Denn ich möchte gerne mit euch... Ähm... Die Frage ist, mache ich jetzt die Quest oder mache ich sie nicht? Also hier kommen wir nicht weiter. Das heißt, die nächsten wären hier, ne? Hier hochzus und dann hier hin. Ist das jetzt die Frage, ob wir die jetzt wegmachen? Hm... Hm... Habe ich jetzt aktuell irgendwie keinen Bock? Hm... Wo sind's denn? Zwei? Ich denke, mehr wie zwei werden's nicht sein. Aber der wird nicht 44. Hm... Oh, ihr meint vermutlich Kalach. Ich weiß, wer ihr wirklich seid. Oder, kommt drauf an. Hat sie recht oder ihr seid, was sie sagt? Ich bin sicher, sie hat eine lustige Geschichte von unseren Kriegen gemacht. Die Wahrheit ist viel einfacher. Wir sind Paladins von Tyre. Lorde von Justiz. Er hat uns nach einem Infernal Being, direkt aus den Nine Hellen, hiding in der Form von einem Einhorned Tiefling. Kalach. Sie hat viele Flüchtlinge verletzt, flaying die Absolute. Sagen wir mal, ich glaube euch. Was dann? Oder ihr seid ein schlechter Lügner. Dann wäre ihr sehr schlussend. So, das war's. So, dann... Ich stelle mich hier hin. So, und du bekommst praktisch... Ähm... Hm... 30%, 45%. Spurten? Ja, super, die... Also, ich muss springen. Okay, springen. Die Frage ist, wie kann ich hier rum gar nicht... Kann ich irgendwie... Nicht genügend Aktionspunkte... So, was haben wir denn hier? Mappen Fernkampf. Verbraucht 6 Meter deine Bewegungsrate. Im Vergleich zu gewürfen, ist es zweimal Fernkampfschaden. Nicht genügend Ressourcen. Nicht genügend Ressourcen. So sicher. Okay. Okay. So... So... Und dich würde ich jetzt, ähm, spurten. Ich weiß nicht, dass ich die Zeit verabschiede bin, aber ich weiß nicht, dass ich die Zeit verabschiede bin. Drittiger Fehlschlag What? What? Ja, meine Freunde, so kann man auch sagen, dass man am Ende einer Folge angekommen ist, in der man einfach mal stirbt. Hätte ich mir jetzt so nicht vorgestellt, vielleicht muss ich mir was anderes überlegen. Nichtsdestotrotz, ich springe rüber in die nächste Folge, lasst mir immer ein Like, lasst mir ein Abo da. Diesmal ein bisschen kürzere Folge, ist aber auch mal nicht schlecht. Ja, wie gesagt, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ein Like und ein Subscribe, immer dankbar. Auch gerne einen Kommentar. Bis demnächst. Tschüss.